Ich mache jetzt so, wenn jetzt Finn die 400 Abos knackt in diesem Stream, dann gehst du zu Finn oder zu Finn. Wieso kann ich nicht? Ich glaube, ich geh echt zu Finn, Alter. Du bist danach zu 100 Likes, Digga! Ja! Digga, easy! Finn schreibt siebenfacher Raid in dir. Ooooooh! Yes, du hast es geschafft, Finn, du bist der Beste! Guck das... Er steckt wieder. Weißt du was, Jojo? Immer als ich deine Streams geguckt habe, ne, dachte ich mir irgendwie, dass das irgendwie bei dir passiert, dachte ich. Genau das, was mir jetzt gerade passiert ist, dachte ich irgendwie, dass das bei dir... Ja, das ist nicht bei mir passiert, glaub mir, das ist auch nicht passiert. Leider. Doch, bei dir hätte ich das irgendwie geglaubt, aber bei mir? Ich dachte so, ich wäre sowieso nie geredet oder so. Aber ich glaube, wenn ich weiter streamen würde, würde das irgendwann vielleicht passieren. Ich dachte so, wir spielen jetzt ganz normal so, äh, Bad Wars... Ja, ne, dann kommt auf einmal so... Glaubst du immer noch nicht, Alter? Ich auch nicht! Ich wär... Ich glaub das auch nicht. Ey, du bekommst das jede Sekunde ein Abo rein, du kannst mir jetzt... Ja, das stimmt, Alter! Du kannst mir jetzt noch nicht erzählen, dass du irgendwie... Hä? Ich dachte am Anfang so, ey, wird der jetzt gerade gebottet? Nein, oder? Fuck! Ja! Lo! Alter, ganz ehrlich, ich hör bald YouTube auf. Nein, Gianni! Das hat Spaß mit, dass wir YouTube auf versuchen, das macht das nicht. Ja, weißt du, wie das denn demotiviert? Wenn man sieht, dass in einem Stream über 180 Abonnenten... Gianni! 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 Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt hab! Boah, das... Das stimmt! Jetzt weißt, wie ich mich gefühlt hab, die ganze Zeit! Und Gianni, bei dir ist... Ich glaub bei... Alter... Das ist einfach Glück, Gianni! Das ist... Du brauchst nicht aufhören mit YouTube! Das ist einfach Glück, das ist einfach Glückssache so! Okay, aber jetzt... Das ist... Wir haben Lotto! Ey, der hat gleich die 400 Abonnenten, wir müssen gleich zu ihm fahren, Alter! Fahr ich? 99 Likes! 100 Likes hast du, Finn! Ja! Ja! Ja, du hast die 100 Likes! Nein, bei mir steht 99! Ja, genau, genau! Ich resette die ganze Zeit! Nein, du brauchst nicht Reset! No, du brauchst nicht Reset! Nur einfach zu Resetten, das brauchst du nicht! Nein, du brauchst nicht Reset! Du meinst, du hast 100 Likes! Nein, du brauchst nicht Reset! Genau, zu Reset! Genau, zu Reset! Bill, du hast 100 Likes! Danke an euch alle! Digger, Phil, du hast 100 Likes! Ha ha ha! Ich hab' mir einfach am Anfang, das ist nicht besonders, das ist ja normal... Du, du hast wohl fast jede Sekunde ein Abo reinbekommen! ja und johnny ich musste nicht ganz ehrlich sagt jetzt die wahrheit ist mir egal wenn ich dir versprochen hat finde ich sagen also finden waren was so jetzt ist es was du sag die wahrheit für das ist ja das ist auch auf den ok aber firma posten deswegen haben wir wo wo war ich im posten waren ich habe sowieso spaß gelassen als ob finden ein posten gehen soll sehr voll abonnenten ist der dumm der mann wirst die tv zu erstellen ist der behindert er hat ein stream gestartet wir müssen er tv zerstören wer rafa gemisit nein mich will er zerstören nur weil ich ja rafuio hey die sind alle gerade im stream die dislike oh this like this like this like this like easy ich weiß nicht dass er da muss dazu ich sag nur easy sieben abos leute noch sieben abos dann habe ich die 400 abonnenten leute 400 abonnenten in diesem stream schaffen wir noch 400 wer was guckt der der guckt der guckt der guckt jetzt und easy du bist einfach scheiße schreibt gg sven also so schreぬ das stimmt fritz jetzt wird das echt dumm nein es wird nicht drum Es wird nicht dumm, es wird nicht dumm. Rafa will ja Streit, wir schlagen ja nur zurück. Wir schlagen ja nur zurück, weil Rafa will ja den Stress. Ja, Hashtag danke, alle in den Chats beim Hashtag. Danke. Spammen. Kein Problem, aber dieses Kind soll versuchen, sich anders Aufmerksamkeit zu holen. Ich? Nein, Rafa meint er. Junge, wie dumm ist er, macht er den Stream, wir müssen LQTV zerstören. Ja, Junge, Javi, immer in deinen Streams, so hab ich mich so gefühlt, so warum ich nicht und jetzt, Junge. Jetzt hast du einfach einen Durchbruch, Alter, alles auf einmal. Und ich immer so langsam, langsam und du ganz auf einmal so bumm. Mein höchster Abonnenten-Rekord, den ich in deinen Stream gemacht habe, war für 20 oder 30 Abonnenten. Und du jetzt einfach 150, ne, weiter 200, Alter. Was? Du schaffst die 300. Komm, easy, komm damit. Alter, ich muss weg. Sorry, viel Glück noch. Okay, tschau Fritz, schönen Tag noch. Okay, mich hat niemand abonniert. Clash Royale Game. Ah, das hast du, Jojo und Clash Royale Game. Danke, Jojo. Ey, der Stream ist offline. Der hat den offline genommen wegen den Dislikes. Tja, schlecht. Und danach war ich schon eine YouTube-Pause. Wo wir ihn finden. Ja, ich fasse es einfach immer noch nicht. Hey, Junge, wieso? Ja, guck das. Der, 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 der. Der klingt dich, Gianni, aber ich glaub, du bist ein bisschen eifersüchtig. Genau dieses, genau dieses. Ich bin wirklich eifersüchtig. Janni, du kannst, du kannst zugeben, weil ich wär auch eifersüchtig. Nein, 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 ich bin richtig eifersüchtig. Ich bin echt eifersüchtig auf diese 7 Raids, Alter. Ja, das hat... Ja, das hat... Ja, ich, ich auch nicht. Ich hab nur dreifachen, wenn überhaupt, Alter. Also, da kann man aber echt eifersüchtig. Das geb ich selbst zu. Da bin ich richtig eifersüchtig. Ja, Junge, aber Gianni. Äh, genau dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit, als du so im Stream warst. So wie du die ganze Zeit so mit deiner Community gezockt hast und sowas. Und jetzt? Ja. Keine Ahnung, was ist jetzt? Jetzt hast du auch ungefähr das Gefühl gehabt, wo ich viermal geradet wurde. Weil ich wurde ja nicht nur einmal, zweimal geradet. Ja, du bist bestimmt so ausgedacht, so wie ich. Ja, du wurdest sie einmal geradet, das kannst du nicht vergleichen. Ja. Guten Morgen. Rafa heult, Rafa heult. Ja? Mein Gott. Warum? Das hat, das hat so angehört. Zigaret hat gesagt, äh, wieviel Zuschauer haben wir... Ah, eins, vier. Danke. Richtig, Junge, richtig traurig, Alter. Ungefähr so hast du einmal geklungen, äh, wo du, äh, dein erstes Stream gemacht hast. Glaub ich. Äh? Ich? Ja, äh, du bei, keine Ahnung, was war das für meine Meinung, Gamerbrother oder so. Gleich noch nie im Stream gemacht. Doch bei Gamerbrüder oder so. Nein, hab ich noch nie. Doch, wo du damit Text gespielt hast, das weiß ich noch. Da hast du, äh, da hast du so 10 Sekunden oder so lange gestreamt, glaub ich. Da haben wir meine Hacks gesehen, ne? Ja, ja. Ja, stimmt. Hä, davon weiß ich gar nichts. Ich weiß. Ja, lass mal jetzt gleich rausgehen, Finn, Alter. Du gammelst nur zu Hause so. Nö. Hä, Junge, ich bleib, ich bleib bei 9. Das ist nicht gut für den... Deswegen gleich, lass dir für morgen raus. Ja, für morgen, Digga. Oh, guck mal, jetzt. Jetzt ist es auch noch schön. Wir haben 16 Uhr, Alter, da kannst du noch ein bisschen rausgehen. Du gammelst nur zu Hause jetzt gerade rum, Alter. Was? Alles fehlt an. Oder? Digga, als ich dich mit Dings Facecam angerufen hab, Alter, wie du geguckt hast, du hast richtig erstaunt, aber. Ja, aber richtig. Und danach komm ich hier, als du fast die 400, Alter. Marcel sagt, ähm, Gianni ist ein Eidisch. Das stimmt sogar. Auf dir sieht ich Raid, aber nicht auf deine Grafik an. Die Grafik sind ja. Sieht immer gleich aus. Kannst du selbst 450p oder so lassen. Sieht gleich aus. Keine Beleidigung oder halt so sein. Halt ganz vergessen. Ey, Gianni! Ja, so heiß ich. Ich weiß jetzt, warum Nebenig mit YouTube aufgehört hat. Weil, also, weswegen? Weil Gigi Anderson den angezeigt hat. Gebt der überhaupt noch? Gigi, ja! Hey, warum hat der den angezeigt? Ganz ehrlich, der hat den... Weil, weil, äh, weil Gigi... Weil der so meinte, so, äh, Gigi Anderson ist die Illuminati. So, so ne Scheiße hat der gesagt. Und deswegen hat der den angezeigt. Ich kann ja das Video schicken. Und der, der hat das auf Twitter gepostet. Äh, äh, kurz da, äh, kurz nachdem der sein letztes Video rausgebracht hat, hat der auf Twitter gepostet. Leute, ohne Scheiße. Ich habe jetzt eine Anzeige von Gigi Anderson bekommen. Wieso hast du über... In einem Stream gemacht? Oh, H3, du hast mega viel verpasst. Ich hatte einen sechsfachen Raid auf einmal. Also ich wurde von sechs Leuten auf einmal geradet. Von sechs Leuten auf einmal geradet. H3. Und dann habe ich natürlich übelst viele Abos dazu gemacht. Als ob WTF, ja! Boah, Junge, du weißt nicht, wie ich ausgerastet bin. Ich werde das nochmal in einem... Ich mach nochmal eine Livestream-Zusammenfassung, wo ich richtig ausgerastet bin. Oder du spürst einfach zurück. Da-da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Da-da-da-dam-dam-dam-dam bringe dich jetzt in clasee. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Da-da-da-dam-dam.